Aus der Schweiz die Schadiot Gerschi Und nun kommt zu uns in die blaue Ecke ein Mann aus der lettischen Hauptstadt Riga Ich rufe Simeons Morosche Simeons Moroschec, meine Damen und Herren! Diese Begegnung im Super-Welter-Gewicht ist angesetzt auf die Distanz von 6 Runden Ringrichter ist Herbert Urich, Punktrichter Uwe Lorch und Bernd Hupfer Und damit darf ich Ihnen die Boxer im Einzelnen vorstellen Beginnen mit der roten Ecke Dieser junge Mann in der blauen Hose wog 69,8 kg beim gestrigen Wiegen Er bestritt bis dato 13 Profikämpfe Davon konnte er 11 gewinnen, siebenmal durch Knockout Nur eine knappe Niederlage und eine ohne Entschieden Bitte begrüßen Sie in St. Ingbert aus der Schweiz die Schadiot Gerschi Wir kommen zu dem Boxer in der blauen Ecke mit der schwarzen Hose und einem offiziellen Kampfgewicht von 68,9 kg Er bestritt bis dato 36 Profikämpfe Davon konnte er 16 gewinnen, sechsmal durch Knockout mit 19 Niederlagen und einem Unentschieden Er hat hier in St. Ingbert in den letzten Wochen trainiert und mit Jürgen Doberstein Sparing gemacht Darum einen ganz herzlichen Applaus aus Riga in Lettland Sämjons Morosic Sechs Runden Superwältebeweg Ring 2, Runde 1 Ring 2, Runde 1 Ring 3, Runde 1 Runde 1, Runde 1, Runde 1 Ailer 5, Runde 1. Runde 1 Vielen Dank. 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 Yeah. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.